Was ist denn hier drinne? Enttet ihr den ab? Hm? Ja, macht er. So. Na, die Blätter kann ja nicht abbrennen, alles klar. Dann braucht er nix. Die können ja despawn. Ja, kommt vor, ne? So. Macht nix. So, rein damit. Hm. Ob das Holz bringt, reicht mir das. Na ja. Ist das auch mehr Holz, wenn man das in das Heckmüll reinpackt? dann bist du doch normalerweise, oder? sag mal, verdoppelt doch mal denn das weiß ich grad nicht auf jeden Fall zeigt ja nichts an dazu verbrennen kann ich das ja, aber so nicht na dann ja, ist ja keine Saw, haben ja keine Sawmill, ist ja eine Seckmill so, na dann Plupp, 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 Plupp hmm, gibt da noch was, liegt da noch was, kommt was entgegen? nein du lässt deine Grabsteine aber auch gerne über rumstehen, ne? ne, die stehen halt nur kunst voll kratzvoll, ja hmm ach, die haben ja noch genug Sturm, die beiden aha sonst inspecken so hoffentlich dauert das nicht so lange, dass das next Plupp, 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 Plupp Plupp, 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 Plupp oh so ich hab grad die ganzen Unity abgeendet hab komplett in Sitzlinge umgeendet ja, aber du ja immer mehr rauskriegst meistens hmm und vielleicht lohnt sich das grad mal so'n bisschen skidab, button in der Backe hallo ey, jetzt mal ernsthaft ich sag grad schon hier rüber alles gechillt hehehe hehehe das ist echt ein Schatten, ey ach ja noch mehr Wood Wood in the Hood Wood die Backe ich überfordere den grad so'n bisschen ich überfordere den grad ein bisschen ich brauch Dark Wood du Dark Wood 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 Nein Natter 2 hoffentlich und dann müssen wir noch ein bisschen Asphaltweg bauen mhm Faltenweg Asphaltenweg so die spawnen ruhig mal schön ich hab noch Genuss Sitzlinge so 2 Davon rein Davon Davon oh mir fällt grad was ein hm was denn? was man bei Sky machen kann auf jeden Fall bei Skype ja 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 was hier eher weniger funktioniert oh könnte auch funktionieren ne Void so ne Void Chest über den Harvester noch zu setzen falls mal so Sitzlinge wegfliegen haben wir ja schon öfters gehabt so egal nein wir haben so viele Sitzlinge haben wir gar nicht da ich weiß über 10.000 Stück einfach viel zu viele die werden ja alle gebraucht irgendwann mal irgendwann mal freuen bis doch gegen mich vielleicht heute, vielleicht nicht morgen aber irgendwann mal so welches Holz nehm ich denn davon oder welche Reihen aufstellen oder welche Reihen aufstellen ich nehme mal die so so Stuttuttuttuttuttuttrum Ein Impfges dimmüれ Fassier ich mich! Hab er mich nicht Ah hau ich nicht Oh. Oh. Kacka. Kacka. Hm. Habe ich den Hammer mit? Da ist er. Wo die wird bei Kacka? Ach ja. Gepärholz. Da bleibt es gleich. Da war es so. Passt. Wackeln. Und hat Luft. Passt. Oh. Gib her damit. Oh man. Her damit. Obwohl hier könnte mein Glowstone einsetzen. Wenn ich sie noch habe. Darum habe ich eigentlich die Langeweile schon wieder ein Haus zu bauen. Mit der Maschine. Ich weiß. Was machst du denn da unten? Hä? Was machst du da unten im Kämmerlein? Gar nichts. Ich glaube ich geh mal in den Nether. Was willst du denn da? Charpenes? Hä? Charpenes? Bauen. Ich muss mal ein bisschen suchen. Was ist denn? Ardite? Kobalt? Ja. Du kannst ja auch Streamzoom. Ach ne. Ich habe mir grad keinen Bock mehr Heutzutage haben. Hä? Ich hab gar keinen Bock grad mehr Heutzutage fahren. Kein Bock mehr Heutzutage fahren. Musst du ja auch nicht. Musst du da auch nicht? Jaa. Du musst dich nach AfKarien stellen in der Baumfarm. für die sieben das ist schon wieder schadunkel schadunkel? Schadunkelrunkel Brunkel-dunkel ein bisschen ekelhaft, aber ja ich frag ja gar nicht was du für komplex hast manchmal gar keine nicht gar keine nein nein ist klar morgen ist der papst ich küsste ihn einfach so ich hab im stehen geschlafen stehen eben gerade wo ich mich ins weg gelegt habe und stand gerade so war noch mal die chile ich hab schon wieder verkehrt dann laufen doch wieso wächst das komisch so langsam der hat den charakter aufgestellt von uns ich 직 du ja ich du du ist er nicht drunter er ist weit genug auch in den bäumen nämlich hm du 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 ja so siele herstein siele siele herstein herrstein das ist ein knall ach ja so ist das Du hast einen mächtigen Knall. Du hast einen mächtigen Knall. Einen Knall, oder was denn? Knall wo das Kommi wird. Er hat einen Knall. Wow, da ist Gourmet, da wird das Gourmet, ja das hat er. Dann will ich nicht mehr sitzen, ne? Ne, tröste dich. Nicht nur du. Wir können ja auch gleich aufhören. Das ist ja nicht so die Sache. Dann haben wir auch ne Stunde. Und ich werde definitiv offline hier das bisschen fertig machen, wenn ich das schaffe und Zeitlich alles. Dann kommt nicht der Weg fertig. Dass hier bisschen Struktur reinkommt, ja. Oh! Hörst du es? Na? Die Wurps Whale. So behindert. So behindert. ja der röps express kam durch der gast sogar Positiv. Negative. Oh, bitte. Negative. Was gibt's denn in den Safari-Netzschleuder, ne? Ja. Man kann so zielen und versuchen, die abzuwerfen. Ah. Dafür ist sie da. It's a mystery. Okay. Alles klar. Hi. 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 Ich bin zu behinderlich. Hast du das Leder rausgenommen gehabt? Das ist ein Bag? Soll ich ein Bag? Oder hab ich das in das System geschmissen? Ich weiß das gar nicht mehr. Nein, das liegt irgendwo rum. Wieso hast du das rausgenommen? Ich meine, ja. Hi. Hi. Du bist zu Recht. So dämlich, ey. Dämlich, dämlich, dämlich. Nö. Doch. Hi. Ach, guck mal, hier ist ja noch vorne. Ey. Hi. Ja? Das Baumil habe ich gerade erst hergestellt. Nein, hier unten im Keller. Ach so. In den Kisten. Hi. Nö. Hi. Na? Ups, jetzt steckt schon eine Leitung was drin. An Sachen. Ja, das steckt ja vorher auch schon drin. Du, ich auch, ey. Nö. Nö. Da ist ja schon wieder ein bisschen Wut umwandeln. Wut, 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 Wut. ugh, 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 alles klar. was will ich mit dem kopf kommt schlechte witze solchen schäfer rausholen harry clinton und donald trump gehen auf dem boot unterwehr wird gerettet amerika das ist schlecht ich bin gestern aus dem tüpferkurs geflogen ich habe mich wohl im ton vergriffen geht verkäufer in anglergeschäft guck da geil eine angel für 19,99 euro geht er zum verkäufer hin fragt er ist da ein haken bei sagt der verkäufer nein gibt kein haken was denn ich hab mit knockback ja ich weiß hab ich gehört modifier mit knockback assi feier wir haben eine stunde voll und zwei minuten dazu ja alles gut okay das ist das ich doch noch mal jeder jeder kannst du nicht mehr brutale schon fertig sein ich will holz umwandeln können mach was ist denn jetzt das für geräusche ich habe diese rezepte die man hier an der wein machen das sind rezept thunderungen kannst du nicht sagen anstatt dass du einfach aufklicken kann sondern du szkippen kannst neinuran wanne 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 schade aus mundaner kosmo und wanda hey kosmo kosmo und wandern das ist meine drohe also man ist ja gar nicht neugierig wo es eigentlich noch platz in einer verkackten truhe was weiß ich doch nicht ich weiß es doch nicht ich weiß ja wie ich da rausgeholt habe das nicht weil wir das gar nicht rausgeholt habe ich doch ich bin nicht sagt nichts was soll ich doch ein system gepackt das ist vielleicht dabei schon war im deck drin das haben wir beide nicht gesehen du holzkopf haben wir beide nicht gesehen was hast du denn da ja nichts was hast du denn da mich kann man nicht fangen auch erstmal so verschwunden so hoi bch bin ich erstmal weg flaschen sind das einmal kurz nach oben wandern wo nach oben ganz ganz oben ganz ganz oben ganz oben ganz deutsch sprechen oben im büro was hallo hallo guck mal hier pokéball komm schnapp sie dir los pikachu donnerblitz pikachu pikachu bin er pikachu ist es soweit ja klar ich bin soweit ja gut würde ich sagen dann werden wir jetzt mal die aufnahme weil lang genug wirklich lang genug lang lang genug lang lang genug gestern aufgenommen heute aufgenommen bestimmt acht stunden oder so locker eine feuerbahn 6 jetzt vielleicht 7 7 8 7 8 so dazwischen laisser das heißt wir haben wieder relativ genommen aber gut nacht fängt das schon wieder an was Manuel ja r so 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 mit Zettelst. Tschüss. Danke. Tschüss.